Ja komm, das machen wir jetzt noch, wenn es nicht abstürzt, machen wir es noch, bis wir wenigstens mal eine Alkologie haben. Ist die schon Zeit umgestellt? Ja, soll ich den Laptop alleine machen? Ist ja nicht Wind, dass ich so ein Müll installiere. Ich denke mal, warum meine Windows installiert aus seinem Rechner? Ja, nun. Zum Glück haben wir ein Problem, dass sie jeden enteignen. Sprich, seine Häuser runterreißen. Stell dir mal vor, das ging nicht. Ach du Scheiße, das wäre... Puh. Aber so richtig kacke wäre das dann, ne? Aber so richtig kacke. Ich könnte nur sagen, ich habe es beendet, nachdem ich dann die Alkologie gebaut habe. Hm. Muss man mal gucken, ne? Da ist noch eine Fläche für irgendwas frei. Ööö. Äh, lass mal eine U-Bahn-Station hinbauen. Passt schon. B-Plus nur noch. Also mit Wasser und Strom. Ich wollte gerade schon sagen. Da ist doch irgendwas nicht richtig. Bauen wir überhaupt noch Straßen, wenn ich ein dichtes U-Bahn-Netz habe? Äh, Details. Boah, ich war wohl neue Kraft, weil wir auch... Ach, komm. Legst mich doch am Arsch. Ich will das wohl doch nichts werden mit Alkologie. Nee, nee, nee. Scheiße. Heißen Dreck. Also, ich könnte natürlich noch länger warten, aber... Können auch sagen, wir haben es geschafft, ne? Nein, ich habe alles äußerst effizient zugebaut. Ich habe das Gefühl, dass die Umweltschutzverordnung mag die Industrie so gar nicht bei mir. Mhm, mhm, mhm. Können sie auch nutzen, um die ganze Industrie mal wegzuhalten. Die Industrie mal so ein bisschen wegzureißen. Lassen wir das ja noch rumgehen. Warte mal, geht das schneller, wenn ich... Das geht, glaube ich, gar nicht, oder? Nee, der Rest ist nicht mit weg, natürlich nicht. Ähm... Ja, komm, lass den Block hier auch noch wegreißen. Ja, komm, lass das now. Ja, dann arrived dir auch noch weg. Das kostet auch Geld. Ihr habt es doch nicht mehr alle hier. So, drei, vier, fünf. So, da schon dabei sind. Und eine U-Bahn-Station. So, wunderbar. So, wunderbar. So, da braucht man noch einen Strom oder so. Ja, kein Problem mit. Was ist noch da? Was ist noch voll da? So, wunderbar. Genau, dann kann man da nämlich schon mal... Wir haben hier eh gerade zu viel Industrie sozusagen. Die verschwindet ja jetzt so ein bisschen. Weil wegen Umweltschutz braucht zwar kein Mensch, aber ja... Ich müsste, glaube ich, viel mehr von allem hinbauen. Ich muss vor allem Ahnung haben, das wäre auch, glaube ich, hilfreich. Aber damit fangen wir hier gar nicht erst an. Ist ausreichend. Das Fusionskraftwerk legt ihnen in die Luft, zum Glück. Was ist passiert, ob bei Atomkraft? Ich glaube, die gehen in die Luft, ne? Ich glaube, die gehen in die Luft, zum Glück, zum Glück, zum Glück, zum Glück. Das hier ist auch verbunden, naja, passt schon alles, hoffentlich. Ich weiß es wirklich nicht. So, hätte ich genug Geld, um... Die Antwort ist ja. Dann kann ich mich da hinten so ein bisschen mal von dem Hafen weit wegreißen. Ähm... Das bringt zwar alles nicht so wirklich was, aber... Dann versucht es wenigstens noch. Brauche ich diese Straße überhaupt noch? Da ist irgendwie nicht so wirklich viel verkehrt. Vielleicht bringt es ja was. Wahrscheinlich überhaupt nicht. Wahrscheinlich immer noch nicht. Ich bräuchte schwimmende Busrolle stellen. Dann kann ich aber Flugtaxis bauen. Dinge, die nichts lösen, aber halt einfach Geld kosten. So, noch ein Jahr, dann ist es... Äh, Arkeologien wird schwierig. Die kostet jetzt erstmal 40.000, bitte. Okay, hier wird nix mehr gebaut, also... Ist das hier schon außerhalb der Reichweite einer U-Bahn-Station? Nee, das kann nicht außerhalb, egal. Jetzt ist es definitiv nicht mehr außerhalb. Natürlich, bauen wir mehr Lagerhäuser da hin. Was denn auch sonst? Was könnte man da auch sonst hinbauen, da am Wasser? Hm. Hm. Wenn ich einfach einen Rahmen ziehen kann. Schon ein bisschen ätzend alles. Das ist schon ein bisschen ätzend. So Sachen vermisst man halt wirklich, glaube ich, erst... Naja, nee, nee, ich glaube, das ist... Dass man keinen Rahmen ziehen kann, vermisst man schon früher. Ähm, auch wenn man ihn noch nicht kennt. Wunderschön. Einfach mal ein bisschen umstrukturieren. Habe ich überhaupt noch Platz hier? Ich habe noch irgendwo... Nee, ich habe keinen Platz mehr für Industrie. Ich kann da einen Hafen wegreisen. Da ist eh zu viel Hafen. Hm, ich frage mich gerade, ob vielleicht Schiene tatsächlich hier über den Verkehr hilft. Und gleich verliere ich 40.000. Bis kurz nur so eine S-Bahn-Station. Okay, Oni am Karten reinbauen. Ich bin sicher, das wird jetzt nichts im geringsten helfen. Aber Hauptsache haben wir gebaut. Ähm, aber nee, das ist noch nicht richtig. Das muss nämlich korrekt sein. So muss das nämlich sein. Ähm, was ist der Haupt-S-Bahn-Zubahn? Aha. Verstehe, verstehe, verstehe. Ist das jetzt angewunden korrekt? Oder... Ich glaube ja. Jetzt ist es ganz sicher angewunden. Es ist das Nonplusultra der Effizienz. Ähm... Ich schade, kann man sich jetzt fast schon nicht mehr ausdenken. Drei? Hä? Was heißt denn hier drei? Ach, das zählt auch als... Nee, hm? Ich hab... 104 Fahrgäste am Tag. Was? Wenn du das sagst, Spiel. Wenn du das sagst. Ich... Ich... Ich frag das jetzt einfach mal nicht... Einfach nicht fragen. Einfach hinnehmen. Nein, das brauche ich denn das Driegebiet. Ähm, gar kein Problem. Wir können da ja noch ein bisschen Hafen wegreißen. Ich hab den hier drüben mal weiter, damit ich hier so ein bisschen... Damit ich den nicht mehr so zweigeteilt habe. Ich hab den hier drüben mal wieder... So. easy hoffe ich diese Effizienz an Bahn ist schon am Limit hier soll ich mal noch ich habe keinen Platz um das noch mal irgendwo zu abzuziehen ich hätte vielleicht da einfach so eine Bahn dass ich einmal komplett durchziehe statt Bushaltestellen Bahn oh Junge oh Junge das war eigentlich nicht so klug das Problem ist wann geht dann die nächste leer das nächste Kraftwerk äh das hält das wieder 50 Jahre aber das da hält nur noch 7 bin äh so ist hier alles in Ordnung oh sie haben sogar noch mal ein Peer gebaut ein nächstes etwas hinten ist nicht so das ultimative Wohngebiet wie es aussieht aber das es ist ein sehr gutes System was ich da hingebaut habe ist auch die einzige Stelle wo ich das bauen wobei ich könnte hier noch kann ich hier noch ich könnte hier noch ne ich komme da nicht schade kann keine Eisenbahnbrücke bauen da geht doch bestimmt noch mal irgendwas irgendwo mit mit einer Brücke oder schwierig ich habe dann das zugebaut schon scheiße dann geht wohl da nichts mit einer Brücke das ist die Frage ja Ökologie würde ich gerne noch bauen weil das würde ich im Berg nicht schaffen ähm das habe ich in der Aufnahme noch gar nicht gezeigt was sollst du gehen unten dann jemand ist nicht mir 에요 ich